Wenn ihr abends die Nachrichten bei RTL anschaltet, dann sitzt da Peter Klöppel und das seit 25 Jahren. Darüber kann man ja mal reden. Hier bei Fufis. Film und Fernsehen in Serie. Auch wenn wir euch sonst eher so kurz und knapp auf den Couch-Potato-Stand bringen, wollen wir uns trotzdem ab und zu Zeit nehmen, um mal ein bisschen die Promis selbst zu befragen. Auch RTL-Moderator Peter Klöppel. Wie fühlt es sich denn an so nach 25 Jahren als Nachrichten-Moderator? Ehrlich gesagt, genauso wie vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren, es fühlt sich gut an, die Nachrichten zu moderieren bei RTL. Ich habe von Anfang an immer gesagt, dass Moderation von Nachrichtensendungen etwas ist, was man nicht nur zwei oder drei Jahre macht, sondern wenn man es gut machen will, über einen längeren Zeitraum machen sollte. Grund dafür ist ganz einfach, dass das Vertrauen der Zuschauer in eine Nachrichtensendung wächst, je länger sie eine gewisse Kontinuität bei dieser Nachrichtensendung erkennen. Auf der einen Seite Kontinuität bei den Inhalten, Kontinuität aber auch bei der Einschätzung, bei den Reporterleistungen und auch bei der Präsentation und das betrifft mich. Und da ich diese Aufgabe jeden Tag immer wieder aufs Neue mit großem Spaß angehe, fühlt es sich genauso frisch an wie vor vielen Jahren auch. Die Erfahrung ist da schon wichtig, oder? Erfahrung ist ein Pfund, weil es einem natürlich ganz besonders bei der Einschätzung von Nachrichtenlagen sehr hilft. Erfahrung bringt einem auch Ruhe und Erfahrung bringt einem auch das Gefühl, dass man tatsächlich besser beurteilen kann, was wichtig und was relevant für die Zuschauer ist. Natürlich müssen wir uns jeden Tag aufs Neue fragen, verändern sich die Rahmenbedingungen, sind politische Veränderungen erkennbar, die sich natürlich dann auch auf die Berichterstattung niederschlagen. Und das sind alles Dinge, bei denen wir, und ich bin ja nicht der Einzige, der hier viele Jahre an Berufserfahrung hat, die wir hier in der Nachrichtenredaktion einbringen können, wenn es darum geht zu entscheiden, was ist an diesem Tag wichtig, relevant und auch interessant für unsere Zuschauer. Gab es jetzt so vor der Vertragsverlängerung einen Moment des Grübelns? Nee, ich mache diesen Job, und Job ist schon fast eigentlich die falsche Beschreibung. Ich mache diese Arbeit heute noch genauso gerne wie vor 20 Jahren und merke gleichzeitig auch, dass ich mit einer größeren Gelassenheit in den Tag starte, weil ich weiß, ich kann mich auf das Team hier verlassen, wir haben tolle Reporter, wir haben sehr viel an Infrastruktur, auf die wir zurückgreifen können, wenn es um Berichterstattung aus allen Teilen dieser Welt geht. Und wir haben alle uns zur Verfügung stehenden Mittel, die wir uns wünschen, oder wir haben alle Mittel, die wir uns wünschen, um gute Nachrichten zu erstellen jeden Tag. Also so gesehen ist diese Gelassenheit nicht nur eine, die sich auf der Erfahrung quasi gründet, die ich habe, sondern auch eine Gelassenheit, die mir sagt, wir machen diese Sendung und ich mache meine Arbeit jetzt auch nicht nur für den Tag, sondern das ist eine lange Strecke, in der wir jeden Tag quasi auch das Vertrauen versuchen zu steigern, dass die Zuschauer in unserer Sendung haben. Wenn man seit 25 Jahren Nachrichten macht, dann gibt es bestimmt ein paar Nachrichten, die in Erinnerung geblieben sind. Was war so das Prägendste, das Nachhaltigste für Sie? Ach, da ich mich natürlich sehr viel mit Politik beschäftige und auch beschäftigt habe, eigentlich in den letzten fast schon 35 Jahren meines Berufslebens, waren das die großen politischen Ereignisse. Also der Fall der Mauer 1989, die Abwahl der Kohl-Regierung 1998, die, sagen wir mal auch, ja, die Herausforderungen durch Terrorismus 2001, interessante Wahlen in den USA, das, was wir jetzt an terroristischen Herausforderungen erleben, die auch hier nach Deutschland kommen, der große Flüchtlingsstrom, all das sind die Themen, die uns in den Nachrichten beschäftigt haben und die uns auch weiter beschäftigen werden und bei denen ich auch selber sagen muss, ich freue mich und bin auch dankbar, dass ich das alles erleben durfte und erleben konnte und als Journalist begleiten konnte. Und ich natürlich oft auch als Reporter nah dran war, weil ich Zugang hatte zu Menschen, die Entscheidungen gefällt haben in diesen schwierigen politischen Situationen oder, sagen wir mal, ja, bewegenden politischen Momenten und zurückblickend muss ich dann schon sagen, es war schon ein tolles Vierteljahrhundert. Es ist noch gar nicht so lange her, da wurden Sie stellvertretend für das ganze Team mit der goldenen Kamera ausgezeichnet. Was bedeutet Ihnen so eine Auszeichnung? Preise sind eine Bestätigung für die Arbeit, die man verrichtet. Und sie sind ja zum Glück auch nicht immer nur an eine Person gebunden, sondern sind auch tatsächlich Preise, die an das Team gehen. Und selbst wenn man mich mehr sieht als alle anderen in der Nachrichtenredaktion, weiß ich auch immer, ohne diese Nachrichtenredaktion wäre ich nichts. Und deswegen sind die Preise Bestätigung, aber auch gleichzeitig Motivation. Wenn man gelobt wird, wenn etwas anerkannt wird, was man gut gemacht hat, wäre es ja fatal, wenn man sich dann auf diesen Lorbeeren ausruhen möchte. Ganz im Gegenteil, das ist ein Teil des Fundaments, auf dem wir stehen. Und wenn das Fundament dadurch stärker wird, dann haben wir alles richtig gemacht. Und das ist ein Teil des Fundaments, das ist unterschiedlich. Vielen Dank. Vielen Dank.